Leute, nach einer fulminanten und für uns vor allem profitablen Trading Woche fängt Bitcoin nach seinem Pump and Dump jetzt an zu konsolidieren und tritt erst einmal in eine Seitwärtsphase ein. Das haargenau innerhalb unseres bärischen Verkaufsbereiches und exakt am Preislevel von 29.300 US-Dollar. Die Price Action in den untergeordneten Timeframes, die zieht sich mal wieder zusammen und ein Breakout steht hier wieder vor der Tür. Alles was du jetzt für dieses Wochenende wissen musst, sämtliche wichtigen Preislevel als auch die nächsten interessanten Liquiditätszonen aus Market Maker Sicht bekommst du hier an die Hand. Ebenfalls ein kurz knackiges Update zu Ethereum. Von daher unbedingt bis zum Ende dranbleiben, um den klaren Fahrplan parat zu haben. Falls ihr gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du komplett neu hier bist, lass gerne das kostenlose Abo da, aktiviere die Glocke, stell sie auf alle und starte jeden Tag bestens mit uns in den Trading Tag und wir beginnen direkt mit der Bitcoin Analyse. Let's go! Starten wir direkt rein mit Bitcoin in der 4 Stunden Chart. Heutiges Video vollkommen fokussiert auf die untergeordneten Timeframes, wirklich Fokus auf das Wochenende, was hier vor uns liegt. Falls du den übergeordneten Fahrplan von Bitcoin aber noch nicht kennst und eine klare, detaillierte Analyse dazu brauchst, auch für das restliche Jahr von 2023, schau dir unbedingt dieses Video an, für dich kurz eingeblendet und wir legen los mit der Analyse. Diesen wunderschönen Pump und Dump konnten wir beides trade-technisch mitnehmen, lief auch exakt nach System. Nach Ziellevel-Erreichung der Bären soweit erst einmal Erholungspotenzial bis in unser Gesamtkorrekturlevel hier gegeben. Diesen Long Trade konnten wir schön catchen und im Umkehrschluss sind wir dann natürlich in einen Short geswitcht. Leute, ebenfalls exakt nach System, Wendebereich abgearbeitet, Erholungspotenzial gegeben. Bis wohin? Bis zu unserem nächsten Wendebereich. Was ist dieser Wendebereich? Das sogenannte Gesamtkorrekturlevel. Denn nach einer Ziellevel-Erreichung der Bären haben wir soweit erst einmal Erholungspotenzial bis in unser Gesamtkorrekturlevel, was hier in Orange bereits eingezeichnet ist. Und von daher war das das nächste Short-Level unsererseits. Hoch bis 29.677 US-Dollar. Wir sind in den Short eingestiegen, haben erst einmal einen kleinen Stop-Loss-Hit kassiert. Ich sage es immer wieder, Trade Management, das A und O hier an den Kryptomärkten unprofitabel zu handeln. Cut your losses short, let your winners run. In diesem Fall haben wir unseren ersten Short gecuttet mit wenig Verlust und im Anschluss dann erneut eingestiegen bei 29.436 US-Dollar. Und konnten diesen Weg mit nach unten mitnehmen. Und da stehen wir jetzt letzten Endes auch. Wir haben noch einmal einen Pump aus dieser Region gesehen. Und jetzt sind wir exakt wieder in diesem Bärenlevel. Ihr seht es, Freunde, wir befinden uns wieder in dieser Price-Range von 29.000 hoch bis 29.677 US-Dollar. Ganz wichtig, nach Regelwerk haben wir soweit erst einmal diese Strecke, die Höhe dieses Wendebereiches wieder nach unten hin verlassen. Und damit gilt dieser Wendebereich als reaktiviert. Und wenn der Markt noch einmal hoch schießt nach Regelwerk, darf dieses Level erneut genutzt werden. Ich selber habe mich jetzt erst einmal vollkommen rausgehalten aus diesen letzten Price-Movements. Denn das hier ist für mich genauso wie in den letzten Videos durchgegeben, reine Marktmanipulation gewesen. Und von daher für mich ein bisschen sketchy diese Price-Bewegungen. Und ich sitze aktuell an der Seitenlinie. Lasst uns aber mal schauen in den untergeordneten Timeframes. Wir befinden uns weiterhin hier in bärischen Verkaufsregionen. Wir befinden uns jetzt wieder am unteren Ende unseres massiven Widerstandes, der in der Vergangenheit massiver Support darstellte. Wir sind durchgebrochen. Von daher erst einmal mit sehr, sehr hohem Verkaufsdruck aus diesen Regionen auszugehen. Und wenn wir in die untergeordneten Timeframes reinschauen, dann lasst uns das Ding auch hier einmal kurz auseinandernehmen. Denn soweit bilden wir jetzt in den untergeordneten Timeframes erst einmal hier das primäre Hoch und hier das primäre Tief. Und ihr seht letzten Endes, was im Umkehrschluss jetzt passiert ist. Wir haben erst einmal ein tieferes Hoch gebildet und wir haben soweit erst einmal ein höheres Tief gebildet. Wir haben dann erneut ein höheres Tief gebildet und bilden gerade wieder ein tieferes Hoch. Das heißt, wir bilden sozusagen eine zusammenziehende Price-Action. Und immer wenn das der Fall ist, Leute, irgendwann kommt dann früher oder später der Breakout. Und jetzt interessant natürlich, in welche Richtung kann es höchstwahrscheinlich gehen? Da müssen wir uns in diesem Fall erst einmal die Liquiditätszone anschauen. In diesem Fall für Bitcoin. Ich habe sie eingezeichnet für euch. Untergeordnet in Bitcoin. Ihr seht es ja letzten Endes. Liegt die meiste Liquidität unter uns in den Regionen von knapp 28.700 US-Dollar, 28.900 US-Dollar. Was ist das? Es ist exakt der Bereich unterhalb des letzten Lows bei 28.900 US-Dollar. Und von daher, in den untergeordneten kleinen Timeframes liegt jetzt hier gerade aktuell die meiste Liquidität, um exakt zu sein. 28.900 runter bis 28.700. Und von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Market Maker übers Wochenende diese Liquidität noch einmal angreifen werden. Müssen wir uns aber natürlich auch einmal kurz die SMAs dazu anschauen. So stehen wir gerade aktuell noch an einem signifikanten Support. 20er SMA und 50er SMA hier reinkommt in der Stundenchart. Ihr seht es aber ebenfalls, Leute. Wir sind gerade drauf und dran, diesen nach unten hin zu durchbrechen. Wo liegt dann der nächste SMA? Exakt am oberen Ende unserer Liquidzone. Und von daher kann ich mir sehr, sehr gut diesen Move fürs Wochenende vorstellen. Weil nichtsdestotrotz, wenn wir einfach mal in die übergeordneteren Timeframes hier reinschauen in Bitcoin, in den 7-Tages-Shutter-Heatmap, so haben wir auch noch ein wenig Liquidität über uns liegen bei der 30.000 US-Dollar-Marke. Und wo ist das? Letzten Endes exakt überhalb unseres letzten Markkanten hochs. Und von daher, diese Liquidität auch absolut legitim, dass wir die übers Wochenende abgreifen. 30.000 US-Dollar hoch bis 30.400 US-Dollar. Von daher könnten wir potenziell folgenden Move übers Wochenende sehen, Liquid abgreifen, dann erst einmal diese Liquid abgreifen. Und zum Wochenende kommen wir dann exakt an dem Preislevel an, wo in diesem Fall Bitcoin, in diesem Fall der CME Futures-Markt bei 29.515 US-Dollar geschlossen ist. Denn das war der Freitagskerzenschluss. Und sollten wir da drüber oder da drunter schließen, haben wir soweit erst einmal ein CME Futures-Gap. Was in der Regel dazu neigt, dann natürlich auch wieder gefüllt zu werden. Von daher sollten wir übers Wochenende in diesen Regionen schließen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir am Anfang der Woche, nach Wochenkerzenschluss exakt, wieder zu diesen Preisregionen zurückkommen. Beziehungsweise, wenn wir hier oben stehen, wieder zu diesen Preisregionen zurückkommen. Von daher, das sind die wichtigsten Preislevel untergeordnet. Hier aus Liquiditätssicht kommen wir jetzt aber noch einmal kurz zu den übergeordneten Timeframes. Denn da muss jeder ganz klar den Fahrplan vor Augen haben. Wir fahren diesen Bullish. Ganz klar mittelfristig unsere Ziellevel hier bei 35.377 US-Dollar hoch bis 39.152 US-Dollar. Das, was uns hier von dieser Ziellevel-Erreichung trennt bisher, hatten wir eben darüber gesprochen. Diese markante Widerstandszone, Leute. Und das ist wirklich, sage ich mal, der Punkt, wo Bitcoin sich jetzt gerade aufhält. Und das, was wir aus Bullensicht nach oben hin brechen müssen, um diese Ziellevel-Erreichung zu sehen. Denn sollte der Markt, wie potenziell jetzt aktuell auch wahrscheinlich aus seinen Verkaufszonen, aus seinem untergeordneten Verkaufsbereich, noch einmal runterdippern, die Korrektur einleiten, so werde ich meinen Bitcoin-Trade wieder nach oben skalieren. Denn dieser läuft natürlich weiterhin, habe ich gerade gar nicht eingeblendet in diesem Fall, aktuelle Position. Wir haben natürlich noch einen Bitcoin-Long-Term-Trade offen, 467% in the Profits. Und sollte der Markt uns diese Korrektur anbieten, so werde ich natürlich diese Position wieder nach oben skalieren. Denn das klare Chartbild findest du im eben genannten Video oder zu Beginn genannten Video. Schaust dir gerne einfach mal an. Nichtsdestotrotz, das soweit erst einmal der Fahrplan hier für Bitcoin. Wir müssen letzten Endes vorsichtig sein. Ich bin sideline aktuell, Leute. Ich habe euch ganz klar durchgegeben. Ich lasse mir eine klare Bestätigung geben. Denn wir befinden uns aktuell, wenn wir uns das einfach nochmal auch aus der 4-Stunden-Chart anschauen, über Support, über den SMAs. Und von daher möchte ich definitiv den Markt soweit erst einmal nicht shorten, wenn wir hier an Support stehen, Leute. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn aktuell. Und von daher übers Wochenende sowieso mit wenig Price-Movements zu rechnen. Und ich halte mich erst einmal an der Seitenlinie auf. Bringen wir jetzt natürlich auch nochmal kurz rüber in Ethereum. In Ethereum in den Stunden schadet der Pump und Dump auf den Kryptomärkten natürlich auch an Ethereum nicht vorbeigegangen. Und wir gehen auch hier letzten Endes in eine Konsolidierungs-Seitwärtsphase über. Natürlich seht ihr auch hier, wie sich die Price-Action ähnlich wie in Bitcoin zusammenzieht. Wir bilden stetig tiefere Hochs, aber zeitgleich höhere Tiefs. Früher oder später dürfen wir hier mit einem Breakout rechnen. Sei jetzt mal dahingestellt, wo dieser Breakout hin erfolgt. Mein klarer Fahrplan. Und da werde ich auch nicht von abweichen, Leute. In Ethereum keine kurzfristigen Trades am Laufen gehabt, während wir Bitcoin long gegangen sind. Und als auch Short gegangen sind, habe ich hier erst einmal nichts gemacht. Denn ich verfolge hier ganz klar nur eine Richtung, Leute. Den bullischen Fahrplan. Und das ist letzten Endes folgendes Level, was ich hier im Auge habe. 1.756 US-Dollar runter bis 1.627 US-Dollar. Ähnlich zu bewerten wie in Bitcoin das BC-Korrektur-Level dieser grünen Struktur. Denn auch hier mittel- bis langfristig all-out-bullish hier in Bitcoin und Ethereum. Kurzfristig müssen wir mit diesen Rücksetzern rechnen. Und wenn diese Rücksetzer kommen, Leute, in der Early-Bull-Run-Phase, in der wir uns befinden, aus meiner Sicht, nutze ich diese immer wieder zum Nachkauf. Denn soweit erst einmal Ziel-Level aktiviert und bestätigt. 2.458 US-Dollar hoch bis 2.712 US-Dollar. Sehr wahrscheinlich, dass wir früher oder später eher früher als später in diese Region vorstechen. Schau dir, wie gesagt, die letzten Videos dazu an. Und sollte der Markt noch einmal so gnädig sein und der Markt hier noch einmal eine Korrektur anbieten bis in diese Region, dann sind wir da. Das ist ganz klar. Hier mein Fahrplan für Ethereum, weiche ich nicht von ab. Ich werde in diesen Regionen jetzt keinen Short mehr mitnehmen. Aus meiner Sicht das Chancen-Risiko-Verhältnis nicht überragend für diesen Short. In diesem Fall all-out-bullish und in diesem Fall ganz klar long-orientiert in diesen Zone. Und das wäre es auch schon für das heutige kurze, knackige Update, Leute. Wollt euch nur kurz einmal fürs Wochenende darauf vorbereiten. Morgen, übermorgen gibt es dann natürlich die Vorbereitung auf die kommende Woche, Montagabend 20.30. Dann natürlich wieder auch der Livestream hier auf der Crypto Wall Street, wo wir mal wieder sämtliche Kryptowährungen, Altcoins beleuchten, die euch interessieren. Ripple, XRP, Cardano, alle wunderschön. Erst einmal aus unseren bullischen Wendebereichen reagiert erneut. Da schon einmal ein kleiner, kurzer Vorgeschmack. Aber jetzt genießt das Wochenende, Leute. Guckt nicht den Charts hier letzten Endes den ganzen Tag in den Allerwertesten. Ich gehe davon aus, dass wir hier wenig Price-Movements übers Wochenende sehen. Ansonsten sollten in den untergeordneten Timeframes die Liquid-Zonen bekannt sein. Und jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.